hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel mafia city ich glaube das spiel habe ich noch gar nicht gespielt das glaube ich jetzt das erste mal ich bin ganz gespannt was es wird was das wird was das für ein spiel ist ich probiere auch wieder eine xl bevor ich was machen überspringen wir mal alles hier aber scheint es so ein aufbauchspiel zu sein wie solche spiele wie ich nicht mag wir haben wir haben wir haben wir haben Das war's für heute. Das war wieder eine sehr gute Einführung. Es ist jetzt Zeit, die Kürtchen fallen, Leute. Eine Mansion zeigt sich aus den Einzelnen und sozialen Stärken. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt in Mansion Level 2. Und dieses Beginner-Gift-Pack ist ein Geschenk für Sie. Zü, schau mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, hier ist eine gefährliche Frau in der Schwung. Sie wünschen sich das Bate-Age, was du musst, ist finden die Kürtchen aus der kleinen Kürtchen. Du wirst du an die Kürtchen. Mach dir mal kurz vous- ...bass!ossa kann ich die Kürtchen? ...Mach genauso wie die Kürtchen? Die Dich! ...Mach genauso wie die Kürtchen? ...Mach genauso wie die Kürtchen? Malinz 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 Wieso, wenn da ein hinterhergucken? Oh, wasser? Oh, wasser? You found the diamond! Aren't you lucky, Boss? To thank you for it, don't be discouraged, Boss. Let's give it one more try. So... The more we invest, the more... Boss, I am your private investment consultant. The investment center is where you can invest in different properties in order to increase the power of your turf and crew. Here's a few recommended jobs for you to develop your game. Good luck, Boss. Money makes the world go round. We're no different. Money makes the world go round. We're no different. Money makes the world go round. We're no different. Money makes the world go round. New videos? Oh, there are two new videos. Was ist das? Wie viele Seiten sind denn da noch? Ah, sind aber die gleichen Seiten. Ah, ok, ich muss ein Paket kaufen, dann kriege ich die Sachen geschenkt. Ne, mach ich nicht. Red Dog. Ok, schon besetzt. Red Buttock. Red Buttock. Kampfunterschutz. Kampfunterschutz. So, dann gehen wir wieder zurück. Was von den Nachrichten? Und dann drücken wir aber schnell hier weiter. Produzieren. Oh, die Leute sind größer wie die Häuser. Oh, aufpassen. Das Schnellen ist dieema der dritte Seite. Die dritte Seite ist die dritte Seite nach der dritten Seite. Die dritte Seite ist die dritte Seite. Es ist eine dritte Seite. Das war's. Ich würde sagen, das Spiel ist so ähnlich wie Call Me Hero und wie heißt das andere Spiel... King of Lust? Nein, nicht jetzt zurück. Oh cool, du kannst Musik ändern. Ein Club. Okay. 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 Also jetzt hier mal ein bisschen drum. Wir werden mal ein bisschen länger spielen. Wir wollen hier die ganzen Tages-Quest-Rocke machen. Okay. 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 Oh nee, das ist so ein Misch zwischen Game of Lust und solche anderen Spiele, die ich nicht mag. Ich habe gerade das Spiel verbunden. Jetzt sind wir noch schnell die anderen Sachen ein. Und da ist noch ein System. Dinner! Wir wollen ja lecker essen! Das ist ein Mischungs. Wir brauchen noch eine Sprecher. Dann kommt ein bisschen mehr mit demàiisch. Wir werden die Sprecher abgebilden. Ich habe mich nicht daran gemacht. Wir wollen die Sprecher abgebilden. Wir wollen auch fünf mal vor. We are no different. Okay. Cargo is an essential part of our business. Habe wir bestimmt gleich nur angreifen müssen. Es ändert sich hier gar nicht die Wand. Mein neues Auto. Nice. Können sie gerne vorbeitringen. Oh, Alarm. Ich bin gerade am Baum und schon werde ich angegriffen. Die sind doch krank. Deswegen mag ich solche Spiele nicht. Ich hab das. Ich hab noch nie mit dem Entschuldigung. Ich hab noch nie mit dem Erreicher, ich bin gerade nicht mit dem Das kann ich doch nicht glauben, ich greife mich an. 8 Stunden. 5 Stunden. Und jetzt hast du den zweiten Builder-Cube, der für acht Stunden ist, warum nicht Upgrade? Manchmal, in Leader, braucht man ein paar High-Tech-Sleeves. Polizisten angreifen, das ist doch schön. Und wir machen so lange hier weiter. Cargo ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmen. Cargo ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmen. Cargo ist eine wesentliche Rolle unserer Unternehmen. Wir sind nicht anders. Die Mauer auf, Level 4. Wir sind nicht anders. Ich glaube nicht. Wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders. Wir sind die Experten in attacking the mansion and resource plundering. Wir sind die Experten in attacking the mansion and resource plundering. Wir sind nicht anders. 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 Das gibt Geld. Wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind unsicher. ...need a few high-tech up his sleeves. Clans also need some entertainment facilities to increase the faithfulness of your followers. I don't know what I'm talking about. Come on, the boys risk their own lives and manage to grab some resources. We can spend it on medical treatment. Soooo. We are probably ready for sure. I would say, we are the end. What is this? What is this? Build a healing center for your boys. It will greatly reduce your losses in the battle. No man can skip meals without feeling hungry. Even if they are made of iron and steel. Okay, and another one. Again there. Tresor. Very important. Tresor. Very important. Yes. We're on to our enemy. ... I don't think anyone can get too close to this. But... ... ... ... ... ... ... ... The Vault will protect your assets more effectively. Eat my copper! Okay, so let's look in. Okay. Okay. There is a severe thing. Protect us well, and we'll be able to deliver a devastating blow towards the enemy. The more we invest, the more we get. Clans also need some entertainment facilities to increase the faithfulness of your followers. The more we invest, the more we debt. Clans also need some entertainment facilities to increase the faithfulness of your followers. So, now I'm here for the party. And I have the Sagen here. So, let's go. Everything is full. You must work faster. Oh, I only have one hour. I have a nerve. Maybe it's here a gift. Where I can speed up. Ah, ah, five minutes. Zack. We've already found something. Okay. Here is now. Leia. And we have a lot of information. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What? Let's go. Okay. Let's go. Und das auch. Das brauch ich nicht zu sehen. Hauptsache mein Geld ist da. Ich bin zu schnell mit Rücken. 3 Minuten. Zack, Zack. Fertig. 1 Minuten lang. Oh, wieviel Kilometer? 10 Kilometer entfernt. Aber das ist ja nicht schlimm. Das machen meine Leute schon. Geld einsammeln. Pakete einsammeln. Investment. Das ist ja nicht gut. Es ist scheinbar. Das ist ja nicht mehr. Entschuldigung, wieviel. Ich muss gleich mal schauen, ob schon ein Kräste fährt bis dahin. Oh, ein Exuspacking. Danke, meine Leute. Dass ihr so groß wie ich seid und mir so viel Sachen schenkt. So, jetzt sind wir gleich am Ende, denke ich mal. Das habe ich schon vor 10 Minuten gesagt. Hauptqueste. 1, 2, 3, 4 Hauptqueste habe ich noch. Hauptaufgaben, tägliche Belohnungen. Ich muss doch das hier machen, nicht die Hauptaufgaben. Aber wann ist denn die Einführungsende? Die Cargo ist eine wesentliche Rolle von unserem Geschäft. Die Cargo ist eine wesentliche Rolle von unserem Geschäft. Oh, jetzt kriege ich Waren, Waren, Waren und Geld. Das ist doch gut. Oh, du kannst meinen Rücken kratzen. Wir sollen hier noch 60 Leute trainieren auf Level 2. Habe ich gemacht. 60 Bikes auf Level 2 trainieren. Habe ich gemacht. 60 Schützen trainieren auf Level 2. Habe ich gemacht. Ach. Krankenhaus auf Level 4. Ist dabei. Investment Center auf Level 4. Ist dabei. wird das alles so steige. Die Zeit ist bei uns amiftesten. алеhr macht das Welt so einen Fall, wir werden nicht anders. Wir werden nicht anders. Die Cargo ist eine wesentliche Rolle von unserem Geschäft. So, jetzt müssen wir doch wirklich mal gleich am Ende sein, oder nicht? Und? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, and back again We are the experts in attacking the mansion and resource plundering Hmmmm Ich hab so ein bisschen Noten und dann machen wir erst mal den hier. Build a healing center for your boys. It will greatly reduce your losses in battle. Oof. Hmm. Build a healing center for your boys. It will greatly reduce your losses in battle. As long as you have the gems, I'll make you a deal you can't refuse. I've just had a little blackout. I knew what I should do. What's that? It's almost like a heavy blow onto our enemy. Wow. Oh. Thanks. I've only had a 10 minutes I put only a while away. That's not a sense. Then I move just a時間抵 QUEEN wieder weiter. War es nur 5 Minuten? Also nein. Schauen wir mal kurz auf die tägliche Belohnung. Schützen auf 20 Prozent. Achso, die Prostituierten hier schützen. Schauen wir mal was wir da noch haben. Was ich noch erledigen muss. Tägliche Quest. Das war aber gerade. Beschützen. Biker trainieren. Mann. Und was doch. Verbrecher trainieren. Was noch? Verbrecher gemacht. Biker geht gerade nicht. Den Clan spenden einmal. So, jetzt haben wir den Clan gespendet. Oh. Einmal von 40. Okay. Noch 39 Mal. Einmal. Einmal. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, zwölf, sieben, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ah, jetzt habe ich 21 mal gespendet, jetzt muss ich warten. Ich muss noch drei stück beschützen. Ich habe gesehen, Casino habe ich hier, ist ja nice. Holland. Hmm, scheiße. Ich brauche auch diese extra Münzen für. Also, bringt auch nichts. Geld. Ah, was kostet Geld. Richtiges Geld. Ne, danke. Okay. So, das haben wir erstmal. Streitkampf. Können wir das wieder machen? Streitkampf. Straßenkampf. Get lost or I'll rip you to shreds. Go, go, go. Okay. Gleichlich. So die tägliche Belohnung ist ganz schön heavy. Hab ich doch schon gemacht. Hab doch da Belohnung für gekriegt. Ressourcen verwenden. Fünfmal. Okay. Kleine Hilfe. So. Und. Mal wieder gemacht. Straßenkampf. Straßenkampf. Müsste wieder frei sein. Oh nein. Schauen wir mal schnell nach was anderem. Straßenkampf. Spenden geht bestimmt gerade wieder nicht. Schützen. So. ۟gruppeņ сцен ist. Okay. Gut. So. Das war. Der Straßenkampf, dann geht er jetzt wieder. Okay. Nächste tägliche Quest. Was machen wir gerade? Schützen. Ist einer da? Na gut. Schauen wir das nächste an. Gerade dabei. Gerade keiner da. Clanspende geht gerade auch nicht. Verbrecher trainieren. Ne, 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 ne. Obwohl wir das 5 Minuten zählen. Ne, 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 ne. Biker trainieren. Ne, 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 ne. Da, letzter Straßenkampf. Ach, der ist auf dem Weg. Get lost or I'll rip you to shreds. Klarenhilfe. Gewinnmaterialien zusammensetzen. Einmal. Okay, warten wir auch mal. Das ist ja noch vieles andere was wir machen müssen. Güter kaufen. Ah, muss ich auch warten. Bis Leute wieder da sind. Ne, 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 ne. Klingt auch nichts. Was gibt's denn da noch? Baguette hoch. Oh weah, das dauert. Das dauert. Ich würde noch schauen was hier Sterner machen können. Abwehrwaffen herstellen. Das war mal klar. Ah, so ok. Ja! 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 Baguette, aber auch! So, Straßenkampfgang. Haben wir den auch schon mal fertig? Ah, noch unterwegs. Oh, 300. Ich hab voll. Sehen wir, ich hab dich voll. Jetzt, ne? Online-Belohnung. Naja. Schützen. Ah. Schützen. PENTAGON. PENTAGON. Was hab ich denn noch jetzt hier? Ist gar nicht mehr so viel. Güterraum. Das ist halt alles draußen. Straßenkämpfe ist draußen, geht nicht. Spenden muss ich noch 19 mal. Aber ich glaub, das geht auch nicht mehr. Ne. Da müsste ich jetzt warten. Bis die Zeit abgelaufen ist. Vier Stunden. Also... Ne, ne. Kleinhilfe. Kleine Aufgaben. Schön. Tägliche Aufgaben. Haben wir gemacht. Hilfe gerade. Verbrecher trainieren. Da muss ich noch warten. Fünf Minuten. Biker trainieren. Schützen trainieren. Schützen trainieren. Ein paar Geld drauf. Ein paar Geld drauf. Ne, da ist etwa draußen. Das geht nicht. Ich bin noch hier drinnen. Ich bin noch hier drinnen. Das geht mir noch mal. Ja, ja. Das geht mir nur noch jetzt. Ich bin noch nicht. Ich kann jetzt nur noch trainieren, das dauert ein bisschen, Bargeldausraum ist draußen, Güterraum ist draußen, Schützen trainieren, also ich muss noch hier Verbrecher herstellen, Schützen herstellen, Biker herstellen, da muss ich draußen, in der Wildnis sage ich jetzt mal, Bargeldrauben, Güterraum, also sind noch diese sechs Teile und draußen, muss ich noch einmal Straßenkampf machen, hier drinnen muss ich noch einmal schützen, ist denn einer da? Ne, muss natürlich warten bis einer da ist zum Schützen, Spenden, muss ich vier Stunden warten, damit ich wieder spenden kann, Clanhilfe, wenn man dann mit einer Hilfe braucht, kann ich helfen, sonst nicht. Da, Schützen, okay, der ist fertig. So, jetzt wäre das Raum noch interessant, aber es geht noch nicht, Spenden geht noch nicht, Clanhilfe geht nicht. Wie viel muss ich da noch helfen, bei Clanhilfe, oh, das ist noch 18 mal, trainieren, 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 muss ich warten, rauben, rauben, ungebaute Fahrzeuge trainieren, also trainieren, 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 rauben, 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 herstellen mal das und das war einmal Okay. Okay. Also, ich musste Juwelen, Materialien zusammensetzen. Ein Gold geht ja auch noch, 100 Gold, wie viel habe ich denn, ah, 9,59. geht auch noch, das geht auch noch, das geht nicht mehr, hm, und ein Diamant. Hm. Oh ihr variiert, Jungs! ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Spenden in 4 Stunden Nur wenn einer Hilfe braucht, geht das Das verstehe ich irgendwie nicht Und das muss ich auch noch herstellen Und die beim Band draußen Also Ah, immer noch Immer noch ein Gut, ich würde mal sagen Was war's denn für heute Ich kann hier nicht Ich kann schon was machen, aber Ich muss jetzt immer warten Boss ist zurück Ich hab mich da bitte gar nicht angeschaut Was ist das? Was ist das? Bitte zwei Wir müssen auch noch Flürbar ist Oh, das sind Geschenke. Achso, das war das. Drehen. 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 Ach, dann nicht. Drehen. Drehen. Ja, also, was leuchtet da noch rot? Drehen. 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 ... Na, klar. Entschuldige, Teilen. Löffel noch. Na gut, das war's jetzt sowieso. Also, ich wollt noch schauen was da für ein roter Punkt ist. Fähigkeiten ziehen. Kampf. Voll. So, ich kann mir noch ein Foto aus. Frau. Hm. Ich würde sagen... Ich glaube, ich nehm den hier. Ja. Mit der schönen kleinen Katze, das sieht doch süß aus. Süßeketsu. Hahaha. Hahaha. 13. Okay. Ach, da ist er auch warm. Kann man ranzoomen. Das ist da noch ein roter Punkt. Sammeln. Noch irgendwo roter Punkt. Gut. Hier die Leute helfen. Das Geschenk hüpft rum. Das war nur die Scheiße. Klar. Gut. 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 Jetzt, äh... War es das. Ich hoffe euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe euch hat das Spiel gefallen. Bis dahin. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.